Wir sind zurück mit der zweiten Hälfte der zweiten Episode der zweiten Staffel und Juni hat mir eine ganz interessante Geschichte erzählt, ganz kurz bevor die Sendung losgegangen ist, dass ein verschollenes Stück Musik wieder aufgetaucht ist. Was hat es denn damit auf sich? Ja, eigentlich, das ist letztes Jahr passiert und der koreanische Kulturbotschaft, so Kulturattachie aus Wien, hat mich gefragt, ob ich ein seit 100 Jahren verschollenes und wieder neu entdecktes Stück vorzustellen. Und diese Geschichte war ganz, ganz spannend für mich, weil in Österreich, in Wien, dieser Ballet ist sehr, sehr bekannt. Und damals schon im Jahr 1892, also diese Balletstück war dort, also sie haben das geschrieben und Josef Bayer hat diese Musik für dieses Balletstück geschrieben. Und was Interessantes ist, dieser Titel des Balletstückes ist Die Braut von Korea. Ah, die Bride von Korea, das ist der Titel des Balletstückes. Die Balletstückes. Die Balletstückes. Ich meine, woher es kam, woher sie gefunden haben, woher sie gefunden haben, wissen Sie das? Also, die Akademiker, die Professoren und Musikkologen, mit diesem Kulturbotschaft, woher sie gefunden haben. Und das war sehr interessant für mich, diese Balletstückes. Das heißt, Bride von Korea. Weil es war die erste Mal in Wien, in 1897. Das war wirklich wie vor 100 Jahren, 120 Jahren. Wow. Also, es war sehr interessant, dass bereits in der Zeit, Europäische Länder, wie Österreich, Austria, knew Korea. Und in der Zeit, unser König, wir hatten einen König, und dieser König ist Chosan. Die Chosan-Era, ja. Ja, die Ära. Und Österreich und Korea haben erste diplomatische Beziehungen schon im Jahr 1892. Und dann wurde dieses Stück uraufgeführt in Wien. Und ich habe gehört, dass sie auch damals so viel Geld investiert haben, unglaublich viel Geld. Ich habe die Summe vergessen. Und die Kostüme und die Choreografie und alles sehr interessant. Und es gab sogar auch Bild von der damaligen Zeit. Und es zeigt auch diese koreanische Kostüme und auch, wie wir damals ausgesehen haben, das kann man sehen. Deswegen war es für mich auch sehr faszinierend. Und auch dieses Stück wurde auch in Hamburg 14 Mal gespielt. Aber aus irgendeinem Gründe wurde es verschwunden. Also nicht mehr so gespielt, wurde nicht so mehr gespielt, weil vielleicht sie vermuten, dass es zu viel Geld kostet oder ich weiß nicht warum. Oder viele rechtliche Probleme damals hatten. Das weiß ich nicht. Aber das war so historisch bedeutend und das war so faszinierend für mich auch. Deswegen habe ich sofort Ja gesagt. Und Sie können auch im YouTube diese Originalstücke auch sehen, dass die koreanischen klassischen Musiker in Wien dieses Stück als Ensemble gespielt haben. Und heute habe ich sehr spontan diese Idee gehabt, weil heute unser Thema ist über Korean. Ah, das kann ich heute vorstellen. Und ich habe ihm gesagt und er hat mir auch eine gute Nachricht geschickt, dass sie auch komplette Musiknoten jetzt alle entdeckt und auch sogar veröffentlicht. Von einem Musikverlag als Noten. Das war sehr schön und gut historisch. Also ich bin ganz, ganz gespannt, das Stück zu hören. Und ich finde es super spannend, wie Musik im Endeffekt ja auch diplomatischen Wert haben kann und wie Musik im Endeffekt die Beziehung zwischen Ländern auch intensivieren kann. Heute würde man das Soft Power nennen, wenn dann kulturelle Bande gesponnen werden. Und ja, also ich freue mich, das Stück zu hören, Juni. Ja, das ist Wiener Walz Stil. Und ich kann auch mit meinem eigenen Fantasie auch dazu geben. Sehr gerne. Und dann improvisieren weiter. Ja. Etwas orientalisches von Chos und Zeit. Sehr, sehr gut. Das wollen wir am liebsten, wenn du improvisierst, Juni. Ja. 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 Amen. 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 Amen.